Hallo zusammen! Am 21.05. findet ja wieder der Japan-Tag in Düsseldorf statt und deshalb würde ich gerne ein kleines Treffen veranstalten. Wer also Lust hat, vorbeizuschauen, kann in der Zeit von 15 bis 16 Uhr zum Schlossturm kommen. Dort werde ich dann auf euch warten und ich verlinke euch auch mal in der Beschreibung Ahsoka und Mikari, die auch bei mir sein werden. Und ja, ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wie ihr mich erkennen könnt. Und zwar bin ich dieses Jahr als Minami Kotori aus Love Life School Idol Project unterwegs. Ich werde euch hier auch ein paar Bilder einblenden, ein Bild, wie auch immer. Und ja, ich freue mich auf jeden, der vorbeikommt. Wünsche euch ansonsten ganz viel Spaß und ja, bis dann. Bye!